Und willkommen zurück bei FIFA World. Die Sommerpause, sie endet und ich wüsste nicht, wen ich da lieber begrüßen könnte als den Keuli. Moin Bob und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und die Sommerpause war viel zu, viel zu, viel zu lang natürlich. Aber wir sind wieder da. Muss auch mal sein irgendwo. Und natürlich, was könnte es für ein besseres Spiel geben nach einer so langen Sommerpause als Osner Kickers gegen das Team Flensburger. Und die Team Flensburger hat man gesehen, die haben ein bisschen nachgerüstet, die haben neue Trikots, die wollen ihre neuen 96-Trikots zeigen. Das soll, glaube ich, Adler sein. Ich begrüße die Altmetall-Profis in meinem wunderschönen Stadion. Die Altmetall-Profis mit altbekannten Trikots, weiß auf weiß, wie die französische Kriegsflagge. Ja, und dann haben wir noch einen russischen Schiedsrichter. Also da ist ja momentan auch noch ein bisschen Brisanz am Laufen. Aber wo soll man überhaupt anfangen zu erzählen? Wir sind Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Und ich habe das entscheidende Tor nicht gesehen, weil in Polen die Fernseher ausschieben. Ja, was wirst du auch in Polen, wenn das Endspiel läuft. Ja, ich muss sagen, ich habe es sehr genossen. Bei uns wurde das ja auf dem Campus angeboten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber erst mal, der Anpfiff dieser Partie, der soll jetzt ja stattfinden. Genau. Und man muss ja uns entschuldigend anrechnen, dass wir jetzt wirklich lange kein FIFA World in der Hand gehabt haben. Und dass das Ganze vielleicht ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen. Wir haben ein Spiel vorweg gemacht, um überhaupt mal wieder zu wissen, was es bedeutet, ein Gamepad in der Hand zu halten. Und das war es dann aber auch schon. Ich wollte zeigen, was ist... Wenn man labert, spielt man gleichzeitig ein bisschen schlechter. Richtig, das ist aber lieb von mir. Aber diesen hast du nicht gesehen. Der kommt wieder zurück. Und da ist er doch! Da ist er nicht. Ja, wo sollen wir anfangen? Morgen, was wir wahrscheinlich heute, wenn das hier rauskommt, ist das erste Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft. Für die EM. Für die EM gegen Schottland. Zuletzt der Test gegen Argentinien ja nicht so erfolgreich, kann man sagen. 4 zu 2. Die Argentinier haben ihr Revanche-Rache-Spiel gekriegt, wie sie wollte. Moment. Jetzt muss ich hier, glaube ich, verteidigen. Das ist auch gemein. Immer wenn ich rede, fängst du da... Die deutsche Gruppe jedenfalls, wenn wir diese Absehentscheidung nochmal gut sehen können. Das ist ja mindestens ein Meter. Besteht aus Deutschland natürlich. Georgien, Gibraltar, Irland, Polen und Schottland. Und da sind dann, glaube ich, auch Polen und Schottland noch die Gegner, die wohl am ernstzunehmendsten sind. Aber als Weltmeister, ne? Man hat ja Ansprüche. Man hat Ansprüche und ich glaube, man würde auch weiterkommen. Und ich denke, dass es diesmal dann wahrscheinlich auch die Polen schaffen werden. Also ich rechne mit Deutschland und Polen. Gruppen 1., Gruppen 2 da ist natürlich dann die Polen. Und Gruppen 1. die Deutschen. Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht wegen der momentanen technischen Konstellation. Ist es uns nicht möglich zu orakeln. Und aber erst mal der Juve, der ist neu. Und der will natürlich auch bei mir Stammspieler werden. Und das zeigt er hier auch erst mal. Ich merke schon, der Juve haut gleich mal raus, was er kann. Alles aus dem Fußgelenk ganz schnurstrack ins Eck. Und das hätte ich nichts anderes als ein Gamepad in der Hand gehabt. Da wird natürlich auch ein bisschen schwammig verteidigt. Aber Schuss ins kurze Eck, den hätte ich mir selbst schon gar nicht mehr zugetraut. Ja, und das ist natürlich, wenn die Klausurenphase durch ist und die Urlaubsphase auch durch ist. Manche waren ja ein bisschen länger weg. Dann freut man sich doch, dass es wieder losgeht. Auch in der Bundesliga ist es wieder losgegangen. Und ich habe davon nichts mitbekommen. Mit einem recht überraschenden Auftakt so gesehen auch. Gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Köln steht vor den Bayern. Das freut ihr auch so. Manche hat man mitgekriegt. Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass die Bayern ja schon mal einen Unentschieden gegen Schalke hatten. Auch wenn es daher natürlich auch eine unangenehme Szene gab. Und die Schalke, die sind ja so bedingt gut gestartet. Ich sage mal, das Aus im DFB-Pokal gegen Dresden. Ja, das haben die sich sicherlich auch anders vorgestellt. Dann gibt es ja jetzt ja momentan noch das Thema Thiago, was momentan so medial umherschwirrt. Hast du das mitgekriegt? Habe ich nicht mitbekommen. Aber du wirst mich sicherlich jetzt gleich aufklären. Ja, natürlich doch, lieber Keuli. Und zwar, oh, 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 warte, gleich, ja, genau. Der hatte sich ja verletzt und hatte sich dann in Spanien operieren lassen. Auf Anraten von dem Trainer, Pep Gabiola. Ja, weil die Spanier, ach so, gute... Ja, und das war auch eine sehr zweifelhafte Methode, die dort angewendet wurde. Das war also auf Kortison-Basis. Aha. Und das ist natürlich, der Müller-Wohlfahrt hat gleich gesagt, ihr habt doch einen Vogel, das kannst du doch nicht bringen. Und siehe da, der sollte eigentlich längst wieder genesen sein, so nach dem Stand der deutschen Medizin würde man sagen, der wäre jetzt wieder fit. Wollte aber zur WM fit sein, hat sich dann also durch Kortison behandeln lassen. Ist jetzt natürlich immer noch nicht verheilt. Jetzt muss man noch warten, bis das ganze Kortison aus dem Knie raus ist und diese ganze Prozedur der Behandlung, das wird sich jetzt noch deutlich länger hinziehen, als man gedacht hat. Und so gesehen ist der Guardiola jetzt in der Kritik, weil er das halt empfohlen hat und hat jetzt die Auflage, möchte man sagen, dass er doch auf Müller-Wohlfahrt zu hören hat. Und jetzt gilt sozusagen auch sein Wort. Und was ist das denn? Wird er da sogar im 16er umgerissen? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich würde auch sagen, das ist ein Elfmeter und der Hunte Lach, der Klaas-Jahren-Hunte Lach legt sich diesen Ball zurecht. Oh Gott, kann ich das überhaupt noch? Nö. Oder man kann auch sagen, sehr gut gehalten, Coily. Ich würde sagen, das war Intuition. Wie in der Realität schießt er in die richtige Ecke. Und dann wird er einfach mal gehalten. Ja, ich muss sagen, du ja nicht, aber wir waren ja auf der Gamescom und konnten schon mal so sneaky Einblicke erhalten in Pro Evolution Soccer, FIFA 15. Oculus Rift, diese Brillen, die man sich so aufsetzt, wo man dann quasi im Spiel drin ist. War alles sehr schön anzusehen. Wir waren zwei Tage da und das hat sich auch echt gelohnt. Also kann ich nur immer wieder empfehlen. Gamescom kann man sich mal antun, wenn man das irgendwie organisiert bekommt. Jetzt sehen wir hier gerade mal die Statistik zur Halbzeitpause. Oder auch nicht. Hast du schon übersprungen sozusagen? Ja, aber du kannst das gerne erzählen. Ich war gerade ein bisschen vorheilig. Sehr ausgeglichener Ballbesitz, kann man sagen. Wenig Schüsse insgesamt. Und ich glaube insgesamt drei Schüsse, die waren jetzt alle auf meiner Seite. Du führst das sehr zweikampfstark und die Passgenauigkeit, das ist was, woran wir beide noch arbeiten können. Das ist doch mal eine schöne Zusammenfassung einer mäßigen Statistik. Ja, man muss das möglichst gut präsentieren. Ja, ich mag schon. Du hast einfach, die Pause hat dir auch gut getan. Weißt du, die Gammel-Gekränkchen. Boah, das sagst du jetzt und dann kommst du ein Angriff, siehst du? Hör doch auf. Nein, was tut mir? Oh, Abla. Glanz tat. Da fährt er noch sein Beinchen aus. Ich weiß gar nicht, wo er das hergeholt hat. Das weiß ich auch nicht. Irgendwo aus der Hüftschaukel da schwenkt er noch sein Bein aus wie so eine Ampelschranke. Wunderbar. Ach du, da ging mir aber die Pumpe, das sage ich dir. Ja, die Pumpe, ne? Jetzt im Gegensatz der Hundelaar, der macht mal einen Antritt, das sieht man auch eher selten. Schusstäuschung wird doch schon wieder angegangen, das gibt es doch nicht. Aber Vorteil läuft und was ist denn das für eine Abwehr, sagt sich der Hundelaar. Da gehe ich doch durch, wie das Buddha durch die, äh, das ist besser durch die Buddha oder so, sagt man doch. Ja, ich mag schon. Und siehe da, oh jetzt aber auch, da sind Räume. Der Bob hat das Gamepad gar nicht erst aus der Hand gelegt seit dem Sommer, ja. Also wenn ich mir das so angucke, könnte er auch glatt wieder in der ersten Liga bei FIFA 14 anfangen. Glauben wir dran, glauben wir dran. Vielleicht bei 15, wenn anfangs noch die, die, äh, die Nobels dabei sind, dann könnte das was werden. Ja, ähm, unser geliebter HSV, Keuli, was soll uns da zu 1 vor allem zum Bundesliga-Auftakt? Alles sollte strukturell besser werden und dann? Ja, es wurde zumindest, äh, gut eingekauft, ähm, es gab dann auch so einen Menschen, der von Pep Guardiola die Empfehlung bekam. Geh mal zum HSV, nutze die Chance, ne? Julian Green, interessanter Spieler, ich hab keine Ahnung, muss ich sagen. Ja, immerhin, äh, amerikanische Nationalspieler hat bei der WM, soweit ich weiß, ganz passabel gespielt, aber ist halt noch, ne? Ich glaube, ich verspreche mir durchaus mehr von dem Holtby. Was ich am Slomka aber generell nicht so mag, ist, dass er die neuen Spieler gar nicht einsetzt. Ja, gut, das soll sich ja jetzt demnächst ändern, hörte man, nachdem jetzt ja die ersten zwei Spiele nicht ganz so optimal gelaufen sind. Ah, knappe Absatzentscheidung, aber korrekt, wie man hier sieht, ja, alles andere hat es optimal verlaufen. Zuletzt, äh, das 0 zu 3 gegen Paderborn. Paderborn legt natürlich auch einen fulminanten Start in die erste Liga hin, muss man sagen. So, im Gegensatz zu den bisherigen Außenseiter-Vereinen wie Braunschweig oder Kreuterfeld, die ja... Ja, ich denke mal, Paderborn hat sich das, äh, nicht so vorgestellt und dann ist es doch so gekommen. Die haben ja doch, hat das nicht so gesehen mit der Zielsetzung, die haben keine Zielsetzung, alles, was besser ist als Platz 18, wäre eine Sensation. Man plant quasi schon wieder für die zweite Liga. So in der Richtung hatte ich das, nee, genau, so, so war das dann. Oh, da wird gezogen und gezerrt, jetzt ist es wieder das Mittelfeldsspiel, was man in der ersten Halbzeit schon häufig gesehen hat. Ist natürlich die Frage, ob jetzt mal dieser Angriff kommt, Lukaku schickt Pablo Hernández. Und was macht denn der, der zögert, der zögert, aber hey, da ist er, der Lukaku, Adler, da muss doch einer kommen. Oh, das ist, mit Glück und Glück, mit ganz viel Glück und Glück, ja. Da findet er die Glücke zwischen der Gritsch und dem Adler, ja, da sahen die hinten nicht gut aus. Das war quasi, äh, gegen Paderborn. Ja, ich, wie gesagt, ich hab mir das Drama ja Gott sei Dank nicht antun müssen. Ja, sei froh. Bin da glücklich drum rumgekommen, aber jetzt ist der Bob natürlich schon wieder am Ball hier direkt auf Druck. Aber wurde auch gleich von zwei Spielern unter Druck gesetzt und folgerichtig verliert er dann auch den Ball. Das war jetzt ein richtig glorreicher Pasta. Ich weiß auch nicht, wieso der so... Schuss! Oh! Ja, da hätte er vielleicht noch laufen können, ist die Frage. Der Pass kam dann doch besser als gedacht in die Lücke. Das Tackling ging dann nebenher vorbei. Doch, die fünf, ich weiß gar nicht, wer das bei dir ist, die kam dann ja auch schon da an. Ja, weiß nicht. Jetzt erst mal Eckball. Zu kurz getreten. Oder, oder! Denn dann kommt der Hammer aus der zweiten Reihe. Ja, wenn du da einen Prinzen stehen hast, einen kleinen Prinzen aus der Prinzenrolle, dann kannst du Glück haben und erzimmert dir die Prinzenrolle da in die lange Ecke. Aber irgendwie hat es nicht so ganz geklemmt. Macht dir da so einen richtigen Schokoladenschuss raus, ja? Ja, Champions League Gruppenauslösung können wir nochmal kurz drauf eingehen. Auch alle sehr starke Gruppen und am ersten Spieltag treffen die Bundesligisten auch alle schon wieder auf die Premier League-Clubs. Das sind also die ganzen Top-Spiele, alle am ersten Spieltag. Man ist immer... Ich habe jetzt nicht alles nachgeguckt. Das muss ich sagen. Ja, gut. Vielleicht... Oh, was ist das denn für ein Schuss, mein lieber Mann? Vorbei am Tor, würde ich sagen. Vorbei am Tor. Deutlich, deutlich. Man United, Van Raal. Er hatte doch so viel Geld und fliegt dann in der ersten Runde des Pokals gegen einen Drittligisten raus. Ja, das ist doch... Wenigstens mal fair, oder? Endlich mal. Ähnlich wie die Schalker machen das auch richtig. Ja. Ich weiß ja nicht. Die können sich auf jeden Fall jetzt auf die Liga konzentrieren. Aber auch auf die Champions League, die Schalker, haben ja noch Chancen. Wobei die natürlich auch eine echt schwere Gruppe haben. Doch, ein dankbarer Ball für René Adler, der den auch genauso entgegennimmt. Und jetzt nochmal versucht... Nee. Keine Zeit mehr. Mensch, ich könnte noch so viel erzählen. Ich wollte noch ansprechen. Mainz kündigt sich da nicht schon ein Trainerwechsel an? Ja, Stuttgart genauso, oder nicht? Was denn? Stuttgart auch genauso. Stuttgart genauso. Dann, Ayrtons Abschiedsspiel. War jetzt ja gerade erst. Heute, glaube ich. Richtig. Unter Tränen hat er sich verabschiedet. Dann, 274 Millionen. Das ist neuer Bundesliga-Transferrekord. Die Bundesliga hat Geld, würde ich sagen. Ja, das habe ich hier alles noch zu verstehen. Es wird immer mehr. Ja, ich wollte auch noch ein bisschen über das kommende Spiel reden. Jetzt von Deutschland gegen Schottland haben wir ja noch gar nicht so gesprochen. Reus, der jetzt ja wieder dabei ist. Leider nicht Weltmeister geworden ist und so. Um den es einem ja so leid tut. Und dann natürlich auch Gomez. Der jetzt ja in die großen Fußstapfen eines Miroslav Klose treten soll. Aber gar nicht so der Spielertyp ist und wie das System überhaupt funktionieren wird. Die Spielinfo. Die, beziehungsweise die Statistik des Spiels. Äh, ja. Du bist in der zweiten Halbzeit gut reingekommen, würde ich sagen. Ich würde sagen, es war die, die zwei Halbzeit nicht mehr. Ja, also ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es auch ausgelegt. Die drei Schüsse, die ich dann mehr hatte, die hatte ich gerade auch so gesehen. Dann mehr. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich 4 zu 4 an den Schüssen, glaube ich. Bei Besitz habe ich nachher ein bisschen mehr gekriegt. Du hast all den Zweikämpfassel sehr präsent. Sehr präsent. Obwohl, weil nichts für euch. Ich muss allerdings sagen, meine Postgelauungkeit ist eine kleine Ziele geworden. Aber, was tritt es dir, wenn am Ende auf dem Zähler bei vier Ecken trotzdem ein 1 zu 1 steht, sagt man dann, ne? Ich muss sagen, die Linie steht auf 1 zu 1. Im näher oder im näher dritten, aber du findest es ein guter Anstandsrichter. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder ein bisschen was dabbeln können. Und, äh, ja. Wenn wir mal was in nächster Zeit zukommt, lassen wir mal beraten. Ja, danke für's Zuschauen, Leute. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.